Moin! Was geht Freunde? Was ist hier? Der ist gerade nicht da. Ich komme gerade frisch aus Zypern und übernehme den ganzen Hasen hier. Hallo, was geht? Ich habe gewonnen, perfekt Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, haut rein! An die zweiteste Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten Video. Jungs, Pack Battle ist angesagt. Neue SBCs sind draußen und wir sind gehypt auf ein paar Walkouts. Hoffentlich. 302 Karten sind ja in den Packs. Wir werden 10 SBCs insgesamt machen. Und dazu brauchen wir natürlich noch jemanden, der mit uns zusammen diese Challenge annimmt. Und da habe ich mir keinen geringeren eingeladen als Possio. Ein wunderschön! Willkommen bei In and Out. Ihre Bestellung bitte. Ich hätte gerne einmal Marco Reus Team of the Season zum Mitnehmen bitte. Okay, mach dann 6599 bitte. Fahren Sie gerade an die Kasse vor. Ja, alles klar, dankeschön. Geht auch Kartenzahlung? Ne, bar. Okay, gut. Kriegen wir hin. Danke. Alles klar. Hi. Ich bin bereit. Smexi. Wie heiß. Hier ein paar Tots zu ziehen. Ja. Ja. Richtig. Das ist die große Aufgabe, ja. Ganz einfaches Prinzip. Wir werden 10 dieser 82 plus SBCs ziehen. Und ja, mal gucken wer da die besseren draus zieht. Denn der Verlierer haut ne knackige 50 Euro PSL an den Gewinner raus. Für FIFA 20. Die ersten FIFA Points. Wären natürlich dann von uns bezahlt. Und da hoffen wir natürlich auf viele Workouts. Wenn euch das ganze Video gefällt, wenn ihr Bock drauf habt. Daumen nach oben geben. Abo da lassen. Bossio supporten. Mich supporten. Bossio wie viele Likes schaffen wir? 5500. 5500 Likes. Abfall ist angesagt. Ja, zeitgleich nicht. Nicht zeitgleich. Gestern kam dein Video. In Mainz kommt ja Donnerstag am Morgen. Genau. Gestern kam bei Bossio das Video schon. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, checkt es unbedingt ab. Es wurden richtig geile Spieler gezogen. Da hat der eine oder andere ein bisschen Päckler gehabt, würde ich mal sagen. Ja, hätte ich auch sein können. Schaut da unbedingt vorbei und hast ganz, ganz viel Liebe bei dir. Bei dem jungen Mann da. Nächste Woche Gamescom. Wir sind heiß. Uns erkennen dann mit dem Weizen in der Hand. Ist denke ich mal klar. Und damit können wir direkt mal rein starten. Bist du bereit? Immer. Abfahren. 10 Packs. Wir starten rein mit Pack Nummer 1. 3, 2, 1. Let's go. Hoffen wir auf viele Walkouts. Ja. Aber es hat ja auch, wir wissen ja erfahrungsgemäß, dass es erstmal dauert bis die Walkouts kommen. Ja, ja, ja. Es ging am Anfang erst mit der Tafel los und dann batz. Dann pfff. Dann haben sie direkt rausgeschossen. Okay, ich starte die Reihe mit einem 84er. Ja, ich mit 82 Roman Nolli. Stark. Cool. Hype. Aber ich denke positiv. Und das ist wichtig. Deswegen. Pack Nummer 2. Are you ready? Immer. Let's go. 3, 2, 1. Abfahrt. Let's go. Komm. Komm schon. Gib mir den Walkout. Ja. Ne, doch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Keine Tafel. 82er Rami habe ich. Ich habe Bänder. Wow. Hype in den Chat, ey. Ist stark. Ist in Ordnung. Kann man mit leben. Ja. Kann man echt super mit leben. Ja. Vor allem wenn man 84er schon davor gezogen hat. Die Frage ist, wer zieht den ersten Totz? Das ist die ganz große Frage. Wir haben ja noch 8 Packs. Insgesamt 16. Deswegen machen wir direkt mal weiter. 3, 2, 1. Abfahrt. Let's go. Come on. Erste Walkouts müssen gesehen. Wer denn? Und da ist er. Da ist er auch bei mir. Totz. Hab ich. Ah. Kacke. Ja, ja, ja. Ja. Wenn es ums Rating geht. Komm. Let's go. Let's go. Was hast du Schönes? Ja, ich hab die äh. Ja, ich hab äh. Die Farbe meines Rings etwas verwechselt. Bzw. hab was anderes nicht auf dem Schirm gehabt. Äh. Ja. UEFA Champions League. Spieler des Tages habe ich. 86er Blind. Ja, äh. Ich gehe mit äh. 95er Donnarumma ins Rennen. Ha. Ich bin's. Svexi. Ja. Hallo Bossio. Äh. Hast du noch Lust? Was? Was? Bin du irgendwie gesehen? Alles klar. Ja, nimmt mal mit. Ne? Nimmt mal mit. Sieben Packs haben wir noch. Bossio. Positiv denken. Die Hoffnung ist immer noch da, dass du ein 94er ziehst. Ja. Ja. Ein 94er. Danke dafür Svexi. Okay. Kein Problem. 3, 2, 1. Let's go. Hi. Come on back to back. Nein. Hi. In the Chats. No Walkouts. Ich auch nicht. Ich hab aber auch kein Glück mit den Packs. Ich habe auch kein Glück mit diesen Packs hier. Ich ziehe 83er Luis Gustavo. Nein. Ich hab den Fugan 82. Ja. Also. Passt zu Donnarumma. Sagen wir es mal so. Ja. Immerhin. Aber okay. Sechs Packs haben wir noch. Machen wir direkt weiter. Abfahrt. Nächstes Pack. Let's go. Jungs. Neues Setup steht. Und der zweite Walkout kommt. Der zweite Team of the Season kommt. Und es wird werden. Brasilien in den Verteidiger. Und wir gehen direkt mal weiter. Mit 95er Marquinhos. Come on. Was ist hier eigentlich los? Hahaha. 95er Marquinhos hast du gezogen? Ja. Ich ziehe ihn tot zu Brasilianer. 89er Oscar. Ja. Aber hey. Ja. Aber was du ziehst. Und was ist sie man. Da kommt nix mal. Da kommt nix mal rum. Schhhh. Komm schon. Schhhh. Und dann. Ja. Äh. 2 95er. Jungs. 5 Packs haben wir noch. Die Packs haben gut gegönnt. Ja. 3 2 1. Let's go. Let's go. Come on. Bitte. 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 Nein. Ey. Entweder ich zieht 82er oder 95er. Das kannst du nicht sein. Ausgeglichen. 82er. Ja. Na. Bei mir Torera. Oh man. Komm schon. Das kannst du nicht sein. Aber okay. 4 Packs haben wir noch. Und da wollen wir direkt mal nicht lange fackeln und direkt mal weitermachen. 3 2 1. Let's go. Come on. Come on. Bitte. 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 Und das. Oh. Carnival. Oh. Zieh. Nice. 92er Rating. Hahaha. 83er Martha. Ich glaube. Also vom Rating her. Könntest du schon ein Stück höher mal gehen. Was du für Leute ziehst. Da ist. Da. Da dreht gleich die Leute hier durch. Ey. Ja. Zurecht aber auch Jungs. Wenn das Video keine 5500 Likes kriegt. Wirklich. Für so viel Peckluck. Ja. Und da hole ich euch direkt gleich den nächsten Workout. 3 2 1. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Das ist mir ein 96er Tots. Das ist mir scheißegal. Das ist mir scheißegal. Ah. Ja. Wow. Den habe ich schon mal gezogen. Ugani. Jamie. Body. Boah. 82. Ja. Du hast es aber irgendwie falsch verstanden. Das Prinzip des Duells. Wer 82er zieht. Sondern wer hohe. Ja. Ich glaube mein FIFA hat das Ganze hier noch nicht so ganz verstanden. Ja. Kopf hoch. Ja. Aber zweimal hast du die Chance noch. Zweimal. Bossio. Konzentrier dich. Geh in dich. Und jetzt. Und jetzt. Das Pack aller Packs. Für dich. 3 2 1. Come on. Ich könnte ja wirklich einen guten Workout. Ich habe einen. Ich habe einen Tots. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Heils Maul. Oh mein Gott. Digga. Das. 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 Ich habe. Weißt du wen ich habe. Bei mir kamen Stürmer. Polen. Und dann kamen Pjatek. Ich habe. Ich habe. Das Ding gar nicht gedacht. Bei mir kommt wieder ein blauer Riech. Ich dachte so. Wuhu. Tots. Nein. Schon wieder irgendeine Scheiß. Champions League. Spieler des Tageskarte. Origi. 86. Geile. Weiber. Oh mein Gott. Ich habe jetzt echt auf Lewandowski. Ich stelle dir vor. 98er Lewandowski. Wäre halt eigentlich K.O. gewesen. Hab ich gehört. Wie viele Tots hast du denn jetzt schon gezogen? 4? 3 Tots. Und einen so einen Headliner. In neuen Packs. Ja. Letztes Pack. Du darfst ansagen. Wann dein. Glück am größten ist. Ich ziehe jetzt. Ich ziehe jetzt den Lewandowski. Der bei dir nicht kam. Der kommt jetzt bei mir. Und dann passt die Sache. Das war so bitter. Letztes Pack. Walkout. Sonst bin ich am Arsch. Let's go. Und los geht's. Come on. Das wäre halt. Das letzte Pack kann alles entscheiden. Ich habe nichts. Ich kann es nur hoffen. Ich höre da irgendwie nicht mehr so viel von dir gerade. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Ich hätte gern ein One-Way-Ticket nach Zypern. Geht es noch heute? Perfekt. Vielen Dank. Tschüss. Bossio, bitte an der Meldestelle der Flügel nach Zypern vielleicht mal melden. Ein Platz ist noch frei geworden in der Economy Class. Können Sie sehr gerne nutzen. Danke. Äh, Smegsi. Danke für die Aufnahme. Ähm. Das war's mal wieder komplett bei mir. Ich muss los. Mein Flug geht jetzt gleich. Ähm. Ja. Macht's gut, ne? War schön mit dir. Alla. Tschüss. Ja. Jungs. Wenn euch das ganze Video gefallen hat und ihr das vielleicht schon mal öfter sehen wollt, als Vorproduktion vielleicht zur Gamescom Woche. Denn ihr seht noch, ich hab noch 30 Packs. Auf dem anderen Account hab ich auch noch mal 34 Packs. Dann lass sehr gerne dem Ganzen den Daumen nach oben. Wir müssen ja irgendwie FIFA Points finanzieren. Deswegen müssen wir uns ja hier ein bisschen, äh, ja. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Äh. Vielen, vielen Dank, Bossio, erst mal für die Aufnahme, dass das so schnell geklappt hat. Kuss geht raus. Kopf hoch. Und, ähm. Ja. Letzte Worte, wenn du noch mal möchtest, hast du schon noch mal. Okay. Alles klar, das war's damit und ich bin damit raus. Wir sind raus. Macht's gut. Schaut unbedingt bei Bossio vorbei. Ich bin raus. Euer Grüß und tschau tschau. Phil Mike Moin Was geht Freunde Was hier Der ist gerade nicht da Ich komme gerade frisch aus Zypern Und übernehme den ganzen Hasen hier Hallo was geht Ich habe gewonnen Perfekt Und lasst einen Daumen nach oben, da haut rein!